Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS25 News Video. Giants hat ein kleines Bild gepostet. Zum Beispiel auf Twitter, ähm X heißt das ja jetzt, und auch auf anderen Social Media Kanälen. Einfach mal so in den Raum gestellt, ohne groß weitere Informationen. Wir haben nur dazu geschrieben, weitere Infos gibt es demnächst. Machen Sie ja ganz gerne, und ich finde das auch ganz lustig, da hat man schon mal so einen Vorgeschmack und kann Sie rumrätseln. Was wollen Sie uns damit sagen? Ich meine, eine Sache ist ziemlich klar hier. Sie bewerben diesen Selbstvermarktungsmarktstand. Your Farm, Your Shop, also Dein Bauernhof, Dein Laden. Und mit dem Titel oben, Small Farmers Kiosk. Also auf Englisch nennen sie das Kiosk. Ich verstehe in Deutschland was anderes unter einem Kiosk. Das würde ich jetzt eher so als Marktstand oder eben Selbstvermarktungsstand oder so bezeichnen. Gibt bestimmt auch noch mehr Begriffe für so eine kleine Holzbude. Ja, aber warum nicht Kiosk? Vielleicht wird das ja auf Englisch so genannt. Das haben wir ja schon zu sehen gekriegt. Schon ziemlich früh, als die ersten Reihen von Bildern reinkamen. Dass beispielsweise in dem großen Bauernmarkt, dass man da reingehen kann, und da waren lauter so leere Körbe und so zu sehen, und da wurde klar gesagt, da werden sich die Körbe anfüllen, wenn man da seine Sachen anliefert. Und da haben wir auch schon diesen kleinen Stand gesehen, noch ohne Schriftzug, und auch mit leeren Körben und Kisten. Und jetzt haben sie die Körbe und Kisten gefüllt. Das ist die eine klare Aussage. So was wie, ihr werdet demnächst mehr über die sich befüllenden Verkaufsstationen erfahren. Da haben sie bestimmt noch einen griffigeren Namen zu, als mir dazu einfällt. Weil das ist ja sehr sperrig, die zu befüllenden Verkaufsstationen. Brr, das sagt kein Marketingmensch. Das ist das eine. Und das freut mich auch sehr, sehr, dass das kommt. Das andere sind diese verstreut rundherum angeordneten Fruchttüpen-Symbole. Das machen die ja nicht aus Spaß oder einfach so, nur zur Zierde, sondern das sind normalerweise offizielle Icons, die da sind von Fruchtarten bzw. Fülltypen, die wir im Spiel kriegen werden. Und hier eine Sache ist ganz klar. Das sind die Erdbeeren. Da unten sind die Tomaten. Ihr seht meine Maus nicht. Da muss ich immer sagen, wo ich was verorte. Also unten links sieht man die Erdbeeren, unten rechts sieht man die Tomaten. Das ist soweit klar. Die gibt es im Gewächshaus. Oh, Freu! Also ich freue mich da sehr. Es wird weiterhin Gewächshäuser geben, wo Tomaten und Erdbeeren auch angebaut werden können. Und wenn wir ganz oben schauen, links sehen wir Karotten und darunter sehen wir Pastinaken. Da kann man jetzt annehmen, okay, ich kann bei diesem Marktstand, ich nenne das Ding jetzt einfach mal Marktstand, kann ich auch Karotten und Pastinaken vom Feld verkaufen. Aber könnte das vielleicht auch heißen, dass die Karotten und Pastinaken auch in Gewächshäusern angebaut werden können? Muss nicht. Also ist für mich hier völlig offen. Zwingend deutet hier nichts drauf hin. Das einzige, wo der halt der Zusammenhang ist, ist, dass man da unten die Erdbeeren und Tomaten sieht. Und dann könnte man daraus den Gedanken spinnen, das geht um Sachen, die im Gewächshaus angebaut werden können. Ja. Bei mir persönlich liegt der Gedanke nahe. Denn für mich ist klar, mein Garten-Mod wird künftig auch Karotten, Pastinaken und rote Beete und Spinat und Erbsen und Bohnen enthalten. Zusätzlich zu dem, was die jetzt schon können. Und darum sehe ich Karotten und denke, oh, kann man die sogar offiziell im Basegame schon anbauen im Gewächshaus. Reine Spekulation. Man wird sie hier verkaufen können. Das ist wohl ziemlich klar. Dann haben wir auch die Trauben. Für die gilt so ziemlich das Gleiche wie für die Karotten. Man kann die ja offiziell anbauen, auch in Weinbergen. Und ja, muss nicht heißen, dass man die jetzt auch im Gewächshaus anbauen kann. In meinen Gärten wird man die künftig anbauen können. Das ist für mich auf jeden Fall klar. Dann sehen wir da den Spinat. Von dem wissen wir ja auch, den können wir auf dem Feld anbauen. Natürlich wird es in meinen Gärten, also ein Mod, den ich da mache, habt ihr euch auch schon eifrig gewünscht. Ich soll den unbedingt wiederbringen. Und für mich ist klar, ja, den werde ich noch mal ordentlich aufbohren. Da wird man das auch im Garten anbauen können. Aber hier meinen die vielleicht auch, man erntet den Spinat auf dem Feld und verkauft ihn dann an seinen Farmshop beziehungsweise Marktstand. Und dann ist da links die Peperoni beziehungsweise die zwei Peperonis oder Chilis. Läuft aufs Gleiche raus. Kleine, scharfe Paprikapflanzen. Die werden bestimmt nicht auf dem Feld angebaut. Denn erstens hätten wir sonst mehr Fragezeichen auf den Factsheets zu sehen. Und es wäre auch anders kommuniziert worden. Es ist eigentlich, obwohl es noch nicht offiziell ist, aber die viele größere YouTuber haben ja auf der Gamescom und der Pax West in Amerika die Erbsen und die Bohnen schon entdeckt. Es ist also klar, dass die kommen. Und es ist auch ziemlich klar, dass es das war mit zusätzlichen Feldfrüchten. Wir werden also keine Chilis auf dem Feld sehen. Wie kann man die dann verkaufen in so einem Marktstand? Natürlich, wenn die im Gewächshaus wachsen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann rechts haben wir sowas wie Frühlingszwiebeln. Könnte eventuell auch Lauch sein, also Porree. Okay, aber ich schätze mal, es sind eher Frühlingszwiebeln. Die sehen halt so von der Optik sehr gleich aus, wenn man keinen Größenvergleich hat. Aber sie sehen schon ziemlich nach Frühlingszwiebeln aus. Die kaufe ich alle ein bis zwei Wochen. Die kenne ich sozusagen. Und darunter sind Pilze. Wie cool ist das denn? Also, ich nehme ziemlich sicher an, dass dieses eine Bild, dieses eine popliche Bild nicht nur bedeutet, ja, hier, wir haben weitergearbeitet an unserem Marktstand, sondern auch, hey, Leute, guckt mal, dann findet ihr das raus. Wo sind die neuen Früchte fürs Gewächshaus oder die neuen Pflanzen fürs Gewächshaus? Und natürlich finden es alle raus. Ja, und ich würde sagen, hier die Peperoni oder auch Chili und die Frühlingszwiebeln und die Pilze kommen zusätzlich in die Gewächshäuser. Warum hier jetzt kein Salat zu sehen ist, weiß ich auch nicht. Den werden sie ja wohl nicht weglassen. Salat muss sein, würde ich sagen. Aber vielleicht fanden sie hier einfach so marketingmäßig, dass der keinen Platz mehr hatte oder so. Also, ich hoffe auf Salat und rechne damit, dass er wiederkommt. Sonst wäre ich aber enttäuscht, dann würde ich schimpfen. So, gucken wir uns doch hier diese Symbole mal ein bisschen genauer an. Da haben wir hier die kleine Chili-Pflanze. Leider kann ich nicht weiter nach in die Mitte das scrollen. Und da sind die die Frühlingszwiebeln und die Pilze auf der rechten Seite. Da freue ich mich schon ganz gewaltig. Und ich muss sagen, man kann ja schon sagen, dass Giants auch hier von uns Moddern Inspirationen geholt hat. Ich bin ja nicht die einzige Modderin, die Gärten oder Gewächshäuser mit erweiterten Funktionen gemacht hat. Und auch nicht die einzige, die so Selbstvermarktungsmarktstände und kleine Hütten und dies und das gebaut hat. Da gibt es ja mehrere, die in der Richtung was machen. Und ich freue mich ganz arg, dass Giants diese Inspiration aufgreift und dann ins Basisspiel übernimmt. Natürlich heißt das für uns Modder, da müssen wir uns jetzt noch mal was Neues einfallen lassen, um noch einen draufzusetzen, weil das ist ja typisch für Mods, dass man da praktisch auf die Funktionen vom Basisspiel noch mehr Funktionalität, noch mehr Objekte und so weiter draufsetzt. Aber ich bin mir sicher, dass uns da auch was einfällt. Da habe ich gar keine Sorge. Ja, und ich finde das eine richtig coole Sache, dass ich fühle mich da irgendwie wahrgenommen als Modderin. Wenn ich irgendwie was mache als Mod, was dann ins Spiel kommt, fühlt sich das irgendwie so an wie... Tja, es fühlt sich gut an. Ich kann schlecht beschreiben. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass es sich für manche Modder so anfühlt, die haben meine Idee geklaut. Aber so fühlt sich das gar nicht an. Denn die Ideen, die liegen ja in der Luft. Das wird ja auch gewünscht von vielen Spielern und so. Es ist ja nicht so, dass ich beispielsweise erfunden habe, dass man in Gärten Kartoffeln anbauen kann. In fast jedem Garten werden Kartoffeln angebaut. Also insofern ist das Thema, die nehmen sich die Ideen, sind für mich völlig abwegig. Und für mich fühlt es sich gegenteilig an. Ich freue mich einfach sehr, dass diese Anregungen, die durch Mods in die Welt kommen, dann im nächsten Spiel umgesetzt werden. Und wenn ich daran teilhaben kann, dass Giants vielleicht merkt, hey, die Leute wollen tatsächlich Selbstvermarktung betreiben mit kleinen Ständen und kleinen Farmshops und so. Und sie wollen noch mehr anbauen in den Gewächshäusern. Finde ich eine richtig geile Sache. Da könnt ihr mir auch mal schreiben, was ihr so dazu meint. Was ich jetzt hier noch gucken wollte, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das von der Qualität her gut genug hinkriegen. Ich leider nicht. Dieses Bild ist irgendwie, hat eine zu schlechte Auflösung für mich. Ich habe das noch extra vergrößert und geschärft und so. Und aber was man ziemlich deutlich sieht, ist, dass die Sachen, die da in diesen Kisten und Körben sind, sind, dass das sogenannte Fillplanes sind. Also im Prinzip, wie wenn in einem Anhänger man Weizen reinschmeißt, dann hat man da ja Weizen drin. Und das ist im Prinzip wie so eine etwas ausmodellierte Plane mit einem Weizenkörnerbild drauf. Und so was nennt sich Fillplane. Auch wenn man den Weizen dann auf den Boden kippt, hat man so eine Haufenform und dieses Weizenbild, diese Weizentextur wurde da draufgezogen. Und das sieht so aus, als wäre das auch genau so einfach sogenannte Fillplanes, die da, ja, also einfach so eine Plane, die nicht ganz eben ist, sondern so ein bisschen ausgebeult. Und dann ist da das ein Bild von dem jeweiligen Produkt zu sehen. Und ich nehme mal an, das haben die deshalb gemacht, damit, wenn nur wenig davon ist, dass das Gefäß nur ein bisschen gefüllt ist, und wenn man damit bis an die Grenze der Kapazität gegangen ist, ist es ganz voll. Das nehme ich an, dass die das so machen. Ich habe da auch bei der Farmcon mit dem Florian Busse drüber gesprochen. Und er hat schon gesagt, naja, bisher ist das nur als Fillplanes umgesetzt. Aber wir wollen das irgendwie auch noch besser machen. Dann habe ich ihm auch Vorschläge gemacht, wie ich das bei meinem Farmshop zum Beispiel gemacht habe. Also, dass ich unten so eine Fillplane habe und bei Tomaten beispielsweise dann auch noch ein paar ausgeformte Tomaten draufgelegt habe. Aber ich glaube, das ist nicht zu schaffen, wenn man jetzt praktisch, wenn man sagt, hier dieser Korb in der Mitte, der ist mal mit Oliven gefüllt. Ich nehme an, das ist jetzt eine Oliventextur, die da drauf liegt. Und wenn man aber Weizen anliefert oder Trauben, dann wird es eine Trauben- oder Weizentextur. und wenn man statt Oliven Spinat anliefert, dann sieht man da die Spinatblätter. Dann kann man nicht das nicht so machen, dass dann immer was Passendes, Ausgeformtes noch drauf liegt. Zumindest wäre das wahrscheinlich sehr, sehr umständlich zu machen. Bei meinem Hofladen habe ich es ja so gemacht, dass ich für jeden Fülltypen vom Basisspiel, den man da verkaufen kann, also alle Produkte, habe ich so, wie es die Paletten als Extraobjekte gibt, habe ich dann noch so Regalkisten oder Regalinhalte für jedes einzelne Extra gemacht. Das hat viel Arbeit gemacht. Ich glaube auch nicht, dass Giants davor zurückschrecken würde. Aber ich kann mit meinem Mod nur zeigen, okay, es sind Erdbeeren da. Zack. Ich kann aber nicht anzeigen, es sind so oder so viele Erdbeeren da. Also ich kann keinen Füllstand damit optisch anzeigen. Und ich glaube, das ist das, was die machen wollten, dass sie einen Füllstand anzeigen. Und das geht eigentlich nur mit so einer Fillplane. Man sieht ja auch, manche von diesen Gefäßen sind randvoll und andere sind nur teilgefüllt. und ich persönlich wüsste jetzt keinen Weg außer sehr kompliziertes Performance-Fressendes Programmieren, wie man bei einem Gefäß sagen kann, ja, wenn da Oliven abgeliefert wurden, dann zeige Oliven an und zwar gut aussehend und wenn Spinat angeliefert wurde, zeige gut aussehenden Spinat an, der irgendwie ausmodelliert ist. Wüsste ich nicht, wie man das machen kann. Halt außer richtig aufwendig programmiert und dann wäre das auch nicht nur viel Arbeit für die Programmierer, sondern es würde wahrscheinlich auch einfach zu viel Performance fressen. so, dass es dann immer, wenn man zu dem Hofladen geht, dann wird alles ganz langsam und die FPS gehen in den Keller und so. Ja, ich finde es schade, muss ich sagen, weil wenn das jetzt bei Getreide macht das nichts aus, da kann das so eine Plane sein mit so Körnchen, Bilder, Texturen drauf. Aber bei Tomaten will man ja schon irgendwie ausgeformte Tomaten sehen, zumindest oben auf der Kiste oder Korb. Naja, ist die Frage, ob sie da noch was machen? Ich vermute eher nicht, denn wenn die das jetzt so posten und sagen, da kommt bald mehr, dann machen die da nichts Wesentliches mehr dran. Das ist dann vielleicht noch nicht der End-End-Zustand, aber dass sie da noch so eine gravierende Änderung machen, also dass man praktisch, wenn Tomaten in dem Korb sind, dass man dann ein paar Tomaten oben drauf ausgeformt liegen sieht und so weiter. Glaube ich nicht, sonst hätten sie da einfach noch ein, zwei Wochen gewartet, bis es soweit ist, bevor sie hier dieses Bild veröffentlichen. Ja, darum nehme ich an, für den LS25 kriegen wir das erstmal nur so als Fillplanes und aber ich finde es allemal ein interessantes zusätzliches Feature für Verkaufsstationen und ich freue mich darauf sehr. Jo, mal wieder irrelang geschwätzt für ein kleines Bild. Ich bin schon eine Plaudertasche, mein lieber Scholli. Jo, aber das interessiert mich halt doppelt. Es ist Selbstvermarktungsstand, der sich auffüllt, wo ich ja wochenlang gesessen habe mit meinem Hofladen und es sind zusätzliche Früchte fürs Gewächshaus. Das ist für mich hochgradig aufregend, dieses eine kleine Bildchen. Ja, was sagt ihr denn dazu? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!